BUNNY! Oh, schön dich zu sehen. Freust du dich wirklich? Wieso gehst du mir dann den ganzen Tag aus dem Weg? Das ist doch nicht wahr. Und wo bist du gewesen? Ich musste etwas Wichtiges erledigen. Nach der letzten Nacht hatte ich gehofft, dass ich wichtig für dich wäre. Pst, pst, pst. Gina ist nicht zu Hause. Ich hatte eine Steigerung eigentlich nicht für möglich gehalten. Aber die letzte Nacht war einfach unglaublich. Vanessa, bring dich nicht in Verlegenheit. Das liegt nicht in meiner Absicht. Ich wollte dir nur sagen, wie schön es war. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie mächtig ein Mann sein kann. Zugleich so zärtlich und gebieterisch. Und als ich aufwachte, warst du weg. Ich hatte eine Besprechung. Bist du noch böse auf mich wegen dieser Prügelei? Natürlich nicht. Komm, sei ehrlich. Du bist so eigenartig. Na gut, Vanessa. Die letzte Nacht war auch für mich etwas Besonderes. Ich hab mich noch nie so gehen lassen, glaub mir. Du warst so dermaßen sinnlich unglaublich. Nein. Ich bin von deiner Schönheit geblendet worden. Ich hab nicht klar denken können. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war mir klar, dass es nie wieder passieren darf. So geht das nicht. Ach, Unsinn. Nein, nein, nein. Es war ein großer Fehler. Es kam viel zu überstürzt. So etwas, das, also so eine Sache, die... Ach, Bunny, du versuchst zu mir Nein zu sagen, aber deine Augen sagen Ja. Du willst mich jetzt mehr, als du mich je gewollt hast. Nur das jagt dir so große Angst ein. Nein, ganz und gar nicht. Nein, ich... Ich... Ich muss hier den Überblick behalten und leider Nein sagen, Vanessa. Nein. Was soll denn das? Könnt ihr mir das erklären? Du bist wunderschön. Und du ein Lügner. Ich hab die für dich mitgebracht. Oh, danke. Die sind wirklich schön. Ich hoffe, Tulpen gefallen dir immer noch, oder? Und auch noch meine Lieblingsfarben. Aber wenn du dich nicht gut genug fühlst, brauchen wir nicht auszugehen. Doch, es geht mir gut. Es geht mir sogar fantastisch. Ich dachte nur, da du gerade erst aus dem Krankenhaus raus bist, fühlst du dich vielleicht noch ein bisschen schwach. Du kannst es ruhig zugeben. Das würde ich. Ich verspreche es, Dr. Clark. Na gut. Aber in diesem Moment fühle ich mich besser als in den vergangenen zehn Jahren. Und auf keinen Fall will ich dieses Rendezvous versäumen. Genie. Johnson, gibt es was von Mallory? Nein, er ist immer noch mit der Frau im Haus. Ist was zu sehen? Nein, Sir. Aber wie ich Mallory kenne, ist er in der Küche und schlägt sich im Bauch voll. Jetzt keine Witze. Sagen Sie es, wenn Sie was sehen. Ja, Sir. Was jetzt, Miss Mirz? Die Waffe auf den Boden und dann langsam zur Tür. Das kennen Sie so aus dem Fernsehen. Ich wollte Sie nur besuchen. Sie sind schlau genug, um zu wissen, dass ich Ihnen kein Wort glaube. Oh, das hellseerische Phänomen. Denken Sie, dass Breschniffs Augenbrauen echt waren? Ich glaube, dass sie angemalt waren. So ist das im Showgeschäft. Und Sie denken, die Uniform beschützt Sie für irgendetwas? Wieso denn? Wovor sollte ich denn beschützt werden? Das ist doch nur meine Lieblingsfarbe. Blau wie die See. Die Waffe auf den Boden und langsam rüber zur Tür. Wissen Sie, ich bin in dieser Uniform in dem Haufen Bullen da draußen, förmlich unsichtbar. Ja, so einfach entkommen Sie nicht, Kirk. Oh, können Hellseherinnen heutzutage auch Namen beraten oder hat jemand geholfen? Cruz weiß, dass Sie hinter dem Ganzen stecken. Ach so. Ich mache mich jetzt am besten auf und davon. Oh, was ist das? Warten Sie mal, warten Sie. Ich habe eine Eingebung. Oh ja, jetzt spüre ich es wirklich deutlich. Sie werden den Abzug nicht drücken. Lassen wir es drauf ankommen. Meine Vision war falsch. Sie sind wirklich hart, Sandra. Und noch mehr Gliedmaßen zu verlieren, kann ich mir nicht erlauben. Also gut. Und jetzt rüber zur Tür. Na los! Dachten Sie, ich hätte auch übernatürliche Wahrnehmungen? Das war Officer Mallory. Der Vorbesitzer dieser schönen Uniform. Da drin scheint es ihn nicht zu gefallen. Ja, so dumm sind Santa Blabla super Bullen. Sein Timing war perfekt. Habe ich recht. So schnell geht das. Jetzt habe ich die Kanone. Nun können Sie mir zeigen, wie hier mächtig telepathische Kräfte wirklich sind. Ja, so dumm sind Sie. Gina, ich werde dir das erklären. Das ist nicht nötig. Ich denke, ich verstehe, was hier los ist. Ganz egal, was du jetzt denkst. Du denkst das Falsche. All deine Kleider, deine Haare, dein Make-up und was du über die Gefühle einer Frau weißt. Ich hätte mir doch denken können, dass... Was soll denn das jetzt bedeuten? Du hättest ruhig ehrlich sein können. Ich glaube, dass du gerade herausragst, was mit dir los ist, machst du so ein Theater und behauptest, du liebst mich. Das war auch mein Ernst. Was hat das für einen Sinn? Wolltest du dich ändern? Ich kann dich nicht ändern. Schäm dich doch nicht für das, was du bist. Und vor mir brauchst du dich nicht zu verstellen. Würdest du bitte mal erklären, was du meinst? Bunny, du bist schwul was sonst. Was? Aber Bunny, das ist doch nicht weiter tragisch. Die alten Römer taten das auch schon. Gina, jetzt hör mal zu. Du musst dich deswegen doch nicht schämen, Bunny. Ich bin eine moderne Frau, mich kann das nicht schockieren. Ich bin doch deine Freundin, oder? Ich dachte, wir wären mehr als Freunde und schwul bin ich nicht. Ist nicht der Rede wert, Bunny. Das war also dein kleines Geheimnis. Ich hoffe nur, Vance ist nicht wirklich dein Cousin. Nein, Vance ist nicht mein Cousin. Vance ist doch nicht Vance. Vance ist Vanessa. Sie verkleiden sich auch gern. Ja, ihr stehen die Kleider allerdings besser als mir. Na, wunderschön. Also hat jeder sein Hobby, oder? Siehst du? Oh Mann. Ich brauch jetzt einen Drink. Hallo. Hallo. Sie sollten die Tür abschließen. Heather, ich konnte nicht so einfach wegfahren nach dem, was gerade passiert ist. Aber wenn Sie allein sein wollen... Nein. Nein, Jet, ist schon gut. Kommen Sie rein. Naja, ich bin ungefähr eine Stunde herumgelaufen und hab mich gefragt, was hier eigentlich passiert ist. Und mir ist klar geworden, dass ich mich bei Ihnen entschuldigen muss. Es war doch nur ein Kuss. Das ist kein Wunsch, um sich zu entschuldigen. Ich werde die Tür wohl reparieren müssen. Das gefällt mir an Ihnen, Jet. Was denn? Sie verzweifeln nie, wenn etwas kaputt ist. Sie sagen nur, ich repariere es. Eine geniale Eigenschaft. Kann ich Ihnen etwas... etwas Saft oder sowas... Oh, ist etwas? Ja, das ist mein Mager. Sie sollten sich vielleicht ausruhen. Von der Grübelei werden Sie noch vollkommen krank. Es wäre mir schon geholfen, wenn ich mich entscheiden könnte, ob ich traurig oder wütend oder vielleicht deprimiert sein soll. Misskompliziert ist immer alles zugleich. Vielleicht versuchen Sie mal, die Sache gelassen hinzunehmen. Ich nehme das so gelassen hin, dass ich fast ein Haus niedergebrannt hätte. Ach, Sie wären auch ohne meine Hilfe wieder zur Vernunft gekommen. Ja, vielleicht nachdem halb Santa Barbara in Flammen gestanden hätte. Keine Ahnung, ob ich je wieder vernünftig werde. Es scheint Ihnen besser zu gehen. Es ist wirklich sehr seltsam, aber egal wie traurig oder depressiv ich werde, ich denke immer nur an Scott. Ich kann nicht aufhören, ihn zu lieben. Ich bitte Sie, Herr, da ist es nicht mal einen Tag her. So ein Gefühl verschwindet nicht so schnell. Das will ich, aber ich will ihn nicht mehr lieben. Ich bin mein ganzes Leben lang verschlossen gewesen und habe niemanden an mich herangelassen. Sogar bei Scott war es damals so. Wir nährten uns damals ganz vorsichtig und mit sehr viel Zeit. Und als ich mir wirklich sicher war und mir eingestand, dass ich ihn liebte, wusste ich, dass es richtig war. Und ich war damit zufrieden, ihn einfach zu lieben. Das war Dr. Heather Dannellys probiante Diagnose. Jetzt machen Sie sich bitte keine Vorwürfe. Ich stelle mich nur den Tatsachen. Meine Liebe zu ihm war nicht stark genug, sonst wäre er bestimmt jetzt hier bei mir anstatt bei... Schon gut, ich soll mir keine Vorwürfe machen. Was Sie da schreiben, sieht nach dem ersten Schritt in die richtige Richtung aus. Das ist meine Kündigung. Ich bin mit der Formulierung noch nicht so ganz zufrieden. Das wird schon so gehen. Es wäre sicher nicht gut, dort weiterzuarbeiten. Ja, genau. Ich würde es wohl kaum ertragen, jeden Tags Gott und Celeste tot und zu sehen. Das wäre schrecklich. Ich bringe es für Sie zum Krankenhaus. Ah, dann müssen Sie es aber erst noch für mich fertig schreiben. Leider fallen mir nicht die passenden Worte ein. Dafür gibt es sicher einen Grund. Und welchen? Vielleicht wäre es besser, es ihm persönlich zu sagen. Halt's Maul! Mistbulle! Irgendjemand wird uns hören. Nein! Sie sollten auch die Klappe halten, Lady. Sie haben schon genug Schaden angerichtet. Cruz ist ganz in der Nähe. Ein Schrei nur und er wäre sofort hier. Sie sollten sehr vorsichtig sein, Sandra. Ein Schrei und meine Pistole wird Ihnen das Maul stoppen. Ist das klar? Es ist aussichtslos. Sie haben keine Chance. Haben Sie das aus dem Kaffeesatz gelesen? Nein, aber ich kann in Ihre Gedanken eindringen. Auch wenn Sie es schaffen sollten, vor Cruz zu fliehen. Immer werde ich genau wissen, wo Sie sind, weil ich alles fühlen kann, was Sie gerade fühlen. Na ja, da bin ich froh, dass es nicht umgekehrt ist, weil ich Sie jetzt töten werde. Der Revolver ist nicht geladen. Pech für Sie. Oh. Cruz! Er ist hier! Hello! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Hey, Cruz! Wie ist das? Lange nicht mehr gesehen. Lassen Sie den Mann aus. Das ist ein ziemlich dummer Vorschlag. Wieso bitte sollte ich Ihnen so einen Gefallen tun? Na gut, dann hören Sie jetzt mal zu. Nein, nein, nein! Sie hören jetzt mir zu! Wenn Ihnen das Leben dieses Mannes etwas wert ist, dann hören Sie mir zu! Wenn Sie nicht sofort die Backe runternehmen, lege ich diesen netten Kollegen um. Kirk! Hä? Also runter damit! Kirk, sehen Sie nicht, dass das Spiel aus ist. Sie haben keine Chance mehr, sich irgendwo zu verstecken. So ein Blödsinn. Als wenn Sie es nicht wüssten. Ich kann mich immer irgendwo verstecken. Adios! Kirk! Sie gehen hinten rum. Ich folge ihm. Pass auf dich auf, Cruz! Seien Sie doch ganz einfach nur ehrlich zu Ihnen. Nein, ich habe genug von Ehrlichkeit. Scott hat auch immer nur davon geredet, wie ehrlich er und Celeste zu mir gewesen sind. Und seine Ehrlichkeit hat ihn gezwungen, mich sitzen zu lassen. Ich kann ganz ehrlich dieses dumme Wort nicht mehr hören. Heather, ich denke, Sie machen sich verrückt, wenn Sie nur hier sitzen und über alles nachdenken. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Etwas habe ich schon entschieden. Ich werde bei Scott kündigen. Und Sie hatten wieder mal recht, Jet. Ich muss es ihm selbst sagen. Gut, ich glaube, Sie werden es nicht bereuen. Ich bereue es jetzt schon. Geht es Ihnen nicht gut? Naja, ich habe scheinbar etwas Falsches zum Frühstück gegessen. Ist es nicht furchtbar, jemand zu sein, der immer nur recht hat? Ich lasse es schon nicht zur Gewohnheit werden. Soll ich Sie zur Notambulanz fahren? Nein, nein, ich fahre lieber selbst. Dann kann ich wenigstens noch meine Ansprache üben. Als wenn Sie das üben müssten. Sagen Sie ihm nur, was Ihnen Ihr Herz sagt. Das kann ich nur, wenn keine Minderjährigen in der Nähe sind. Na klar. Na dann los. Viel Erfolg. Danke. Und was werden Sie tun? Ich werde die quieschende Tür ölen. Danke, Jet. Möbel gibt es hier leider noch so gut wie keine. Das macht nichts. Ist doch toll. Ist doch wunderbar. Mir jedenfalls gefällt es hier auch so. Nur keine Umstände. Ich hatte ursprünglich vor, zum Strand zu gehen. Stehst du immer noch auf Picknicks? Natürlich. Weißt du noch, wie wir damals irgendwo in der Nähe von Ohai waren? Wir hatten uns Pferde ausgeliehen. Ich hatte nie zuvor auf einem Pferd gesessen. Ich hatte solche Angst. Und du warst John Wayne. Ja, ja. Ich habe aber nur geblögt. Ich hatte auch noch nie zuvor auf einem Pferd gesessen. Na ja, du hast es dir jedenfalls nicht anmerken lassen. Ich schlau... Ich weiß noch, dein Pferd hätte seinen eigenen Willen. Aber du warst schlau genug, drauf sitzen zu bleiben. Schlau, nennst du das? Ich hatte nur zu viel Angst, etwas anderes zu unternehmen. Als das Vieh losrannte, dachte ich, es sei aus. Und auf dem Grab hätte gestanden, hier liegt Celeste Napoli, getötet von dem wohl zweigdümmsten Lebewesen. Und welches ist das dümmste? Ich natürlich, weil ich so leichtsinnig war, das Tier zu besteigen. Ich habe damals noch Hilfe holen wollen. Und dann habe ich nach dir gesucht und geschworen, dass ich es mir nie verzeihen würde, wenn dir etwas passiert wäre. Und plötzlich fand ich dich ganz lässig, saßt du da oben auf dem Pferd und das fraß in Ruhe Gras. Noch nie habe ich ein so fröhliches Lachen auf deinem Gesicht gesehen. In dem Moment habe ich dich mehr denn je geliebt. Wofür ist die Decke? Für nichts. Ach so? Und wofür ist das? Du musst jetzt erst was essen, dann wirst du es schon herausfinden. Ich liebe Überraschungen. Ich weiß. Du kommst gut voran mit deiner Renovierung, oder? Was ist das? Das war eine Art Unfall. Es wird sehr schön hier. Ja, wir wollten einfach... Ich, ich wollte einfach alles renovieren, bevor ich hier einziehe. Du hast viel verändert im Vergleich zu damals. Das kannst du laut sagen. Er hatte alles mit dunklen Farben bemalt und der alte Teppichboden war mehr als verschlissen. Ja, es ist einfach nichts mehr so wie damals. Denkst du, es ist gar nichts mehr so wie früher? Nein. Nur, dass sich zwischen uns nichts geändert hat. Das ist doch das Wichtigste. Das hoffe ich für uns. Weißt du, was ich in der ganzen Zeit am meisten vermisst habe? Wichtigste. Es ist einfach lustig. Machen Sie sich keine Sorgen, Cruz. Ich komme mir vor wie ein Idiot, weil der Kerl mich ausgeteilt hat. Wo ist er? Auf und davon. Ich halte es im Kopf nicht aus. Ich habe diesen Bastard getroffen, das weiß ich genau. Ein Kerl mit einem Holzbein rennt drei Polizisten davon. Er kann nicht so weit gekommen sein. Ich bin sicher, er ist irgendwo in der Nähe. Johnson, Sie kümmern sich darum, dass die Gegend abgewiesen wird. Wir holen sie bei dir. Nein, ihr geht sofort zu meinem Haus und wartet, dass ich euch dort anrufe. Jetzt verschwindet. Verdammt, hätte ich nicht das Holzbein treffen können. Was war das denn? Das Geräusch kam aus dem Keller. Versuch doch nicht abzulenken. Sagt mir endlich, was in diesem Haus vorgeht. Gina, es ist doch nichts weiter von Bedeutung. Nichts von Bedeutung? Was meinst du mit nichts von Bedeutung? Du hast sie angezogen wie ein Mann. Willst du aus meinem Haus einen Club für Perverse und Transvestiten machen, oder was? Was? Beruhige dich erst mal, ja. Erst sagst du mir, was hier los ist. Vanny und ich, wir lieben uns. Okay, wartet bitte mal, es reicht jetzt. Liebe? Du liebst diese Frau, wer ist sie überhaupt? Ich sagte es doch schon. Ich bin die Liebe seines Lebens. Ich bin seine Julia. Er ist mein Romeo. Ich bin seine Kleopatra. Er mein Antonius. Ich bin seine Küche. Es ist gut, es reicht. Na los, Vanny, sag's ihr. Na los, Vanny, sag's mir. Gina, könnte ich mal kurz mit Vanessa reden? Was? Ich muss etwas mit ihr besprechen, etwas Privates sozusagen. Hör mal, das hier ist mein Wohnzimmer. Ich weiß, es dauert auf nur eine Minute. Wieso sollten wir denn unsere Liebe vor irgendjemand verheimlichen? Gina, bitte. Ist ja schon gut, aber ich zweifle an meinem Verstand. Es wäre vielleicht besser, wenn ich von nichts wüsste. Es schmeckt toll, nicht? Ja. Wieso bist du so angespannt? Ich weiß nicht. Es sieht so aus, als wärst du es auch. Vielleicht haben wir uns für diese erste Verabredung etwas zu viel erhofft. Ja, vermutlich. Ich sage mir immer wieder, dass ich nur das haben will, was wir vor zehn Jahren hatten, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das ist doch nicht... Nein, es ist... Nein, warte, das ist nicht so angekommen, wie ich es meinte. Ich wollte damit sagen, dass wir ganz andere Menschen geworden sind und... dass wir ganz neu und von vorn anfangen müssen. Genau. Na ja, wir müssen ja nichts überstürzen. Nein. Weißt du, es ist eigenartig. Ich habe gestern Nacht über uns beide nachgedacht. Und ich glaube, es war ein Fehler zu meinen, dass der Grund, weshalb wir jetzt hier sind, darauf zurückzuführen ist, dass wir uns vor zehn Jahren so nahe standen. Wie meinst du das? Ich weiß, das mag sich verrückt anhören. Aber ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, damals war es genau hier, habe ich etwas gespürt, eine Verbindung, die so stark war. Und ich bin überzeugt, selbst wenn wir uns vorher nie begegnet wären, als ich dich neulich in der Krankenstation wieder sah, verstehst du, da war es genau dasselbe Gefühl von Verbundenheit. Verbundenheit. Ja, du hast recht. Wir sollten das Ganze Schritt für Schritt angehen, das ist besser für uns beide. In Ordnung. Aber ich bin nicht damit einverstanden, die Vergangenheit zu vergessen. Was ist denn jetzt los? Was hast du vor? Komm her. Setz dich. Wer sind denn die beiden? Keine Ahnung, aber vielleicht verraten uns die anderen Bilder mehr. Hier. Ich erinnere mich noch an die Tage. Die sehen aus, als ob sie sehr verliebt wären. Unglaublich, dass du die noch gefunden hast. Es kommt noch viel schlimmer was ab. Musik. Wieso hast du es ihr nicht gesagt? Warum hast du denn uns so weit aufgerissen? Eine Unverschämtheit Gina zu sagen, wir würden uns lieben. Und was war letzte Nacht mit uns beiden? Vanessa, hör doch mal zu. Nein, wir lieben uns doch. Ich kann es fühlen. Es gibt keinen Grund, es vor irgendjemandem zu verheimlichen. Wir sollten ihr alles erzählen. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Ich bitte dich. Wenn sie herausfindet, dass Lyle DeFranco uns zur Heirat zwingen will, dann kapiert sie, dass nur meinetwegen auf Sunny geschossen wurde. Was für eine Rolle spielt das noch? Mein Großvater ist bereits verurteilt worden. Gegen dich liegt doch gerichtlich gar nichts vor. Ach, ich weiß auch nicht. Dir liegt anscheinend noch ganz schön viel an mir. Das habe ich nicht gesagt. Dann sag mir, dass es nicht so ist. Sie bedeutet... Ich glaube es nicht. Sie behandelt dich wie einen Schlappschwanz und du liebst sie dafür. Du verbringst die Nacht bei mir, du entjungferst mich und lieben tust du sie? Mir liegt wirklich dein ganzes Glück sehr am Herzen. Die letzte Nacht im Bett hast du mir zugeflüstert, dass du nur mich liebst. Ich wusste, dass der Moment alles geändert hat. Die letzte Nacht war wundervoll, da gebe ich dir ohne weiteres Recht. Warum hast du es gesagt? Hast du nur versucht, mich rumzukriegen? Vanessa, das alles hier geht mir wirklich viel zu schnell. Ah, so ist das also. Dann will ich dir mal was sagen, Nardo. Vor kurzem noch war ich jungfräulich und unschuldig. Doch dann hast du, Wüstling, mich verführt. Ich dich verführt? Ja, genau. Und ich warne dich, mich fallen zu lassen, denn mein Großvater würde es nicht sehr witzig finden, wenn er erfährt, was du seiner kleinen Blume angetan hast. Er hat es zu seinem Wagen geschafft und verkriecht sich jetzt irgendwo im Wald. Ich werde Johnson bei der Suche helfen. Er und die anderen sind in der Palms Road, ein paar hundert Meter von Montessito. Bin schon unterwegs. In Ordnung. Hallo. Das hier ist seine Jacke. Vielleicht kann sie dir weiterhelfen. Denkst du, du hast ihn getroffen? Ich dachte schon, aber es wundert mich, dass er so schnell verschwinden konnte. Das ist nicht zu glauben. Wir durchsuchen jetzt jedes Haus. Oh, Cruz, es tut mir so leid. Was denn? Es war doch mein Fehler, dass er entkommen ist. Jetzt hör doch auf, Sandra. Ich hätte ihn dir überlassen sollen. Er weiß bestimmt genau, wo Adriana ist. Hey, Sandra. Niemand konnte wissen, dass er sich in dem Haus versteckt hatte. Du verzeihst mir? Wieso verzeihen? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Entschuldige. Castillo? Hallo, Liebling. Ja, genau vor einer halben Stunde habe ich ihn gesehen. Es ist ohne Zweifel kök. Nein, er konnte fliehen. Verrückter als je zuvor. Ist die Wache noch bei dir? Hör zu. Ich will, dass du auf gar keinen Fall die Hütte verlässt. Verstanden? Nein, das weiß ich noch nicht, aber... Eden, ich rufe dich wieder an. Ich arbeite gerade mit Sandra. Sie hat eine Eingebung. Okay, okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ein furchtbarer Schmerz. Ich liebe dich. Du redest hier über Liebe, Reinheit, Unbescholtenheit und dann drehst du dich um und hältst mir eine Pistole auf die Brust. Gut für dich, Banni. Verstehst du nicht, was zwischen uns passiert ist? War Schicksal. Das ist doch offensichtlich. Ich weiß wirklich nicht, was offensichtlich sein soll. Mir ist das zu hoch. Ich hatte dich für ein süßes Mädchen gehalten, das unschuldig darauf wartet, in die Kunst des Liebens eingewiesen zu werden. Jetzt weiß ich, was Liebe ist und ich bin froh, dass du mein Lehrer warst. Doch denk bloß nicht, dass du dich jetzt rumdrehen kannst und einfach verschwindest. Dann bist du schief gewickelt. Ich bin eine DeFranco. Siehst du, siehst du, du hältst es mir unter die Nase. Und was wird dein Onkel Mario dazu sagen? Ich dachte, du wärst angeblich meine Julia. Ja, aber Romeo hätte seine Julia niemals eingetauscht gegen eine abgehalfterte mittelalterliche Schlampe. Hey, jetzt reicht es aber DeFranco oder nicht DeFranco. So redet niemand über Gina, ist das klar? Was für ein Mann! Erst behandelt sie ihn wie Dreck und dann verteidigt er sie. Wieso klammerst du dich so an mir fest, wenn ich gar nicht der Mann bin, der dir so sehr gefällt? Ich hab mich in dich verliebt. Du denkst nur, dass es Liebe ist. Aber das ist gut genug für mich. Ich will dich, Bunny, und ich weiß, dass du mich auch willst. Zum Gutes reicht. Schluss jetzt damit. Ich hab euch mehr als genug Zeit gegeben, eure Geschichte zu klären. Na, wird's bald. Na, raus damit. Was geht hier vor? Ja, Bunny, was geht hier eigentlich vor? Du musst mich verstehen. Mir ist klar, dass wir schon so lange gewartet haben. Doch es geht einfach bei mir nicht so schnell. Ist schon gut, tut mir leid. Ich hab mich nur schon so darauf gefreut, dich zu küssen, dass ich dir nicht länger widerstehen kann. Mir geht es genauso. Ich hab auch den Wunsch, jetzt mit dir zu schlafen. Nur, ich bin einfach noch nicht so weit. Ist schon gut. Schon gut. Es kommt mir so vor, als wären wir schon ewig zusammen. Wir sind uns so verbunden, weil wir zwei uns schon so lange kennen. Aber wir haben uns geändert, denn es liegen zehn Jahre dazwischen. Ich denke, wir sollten noch mal ganz von vorn anfangen, als würden wir uns nicht kennen. Bitte sei mir nicht böse, bitte. Nein, nein, aber keineswegs. Das bin ich nicht. Du hast ja recht. Celeste, ich will dasselbe, was du willst. Wirklich? Also, dann wäre ja, dann wäre ja alles klar. Wir haben das Essen weggeputzt und alle Dias angesehen. Damit werden alle meine Tagesordnungspunkte erfüllt. Was machen wir jetzt? Hast du Karten? Nur, wenn ich das Spiel aussuchen darf. Na gut. Was ist denn los? Was hast du gesehen? Nichts, ich konnte nur seinen Schmerz spüren. Wo? Du hast ihn, ja, du hast ihn ganz sicher an seinem Bein getroffen. Und wo ist er? Keine Ahnung, ich fühle es jetzt nicht mehr. Versuch es doch noch mal. Das ist nicht so einfach, glaub mir. Er ist so teuflisch. Ich verstehe. Warte mal kurz. Hallo, ja, hier ist Kuss. Hören Sie zu. Der Mann, nach dem wir feinden, ist verwundet. Ja, ich bin sicher. Und ich will, dass Sie alle Krankenhäuser und Notambulanzen sorgfältig überprüfen. Ganz genau. Und wenn Sie anfangen, sein Auto zu durchsuchen, rufen Sie mich an. Ich will bei der Untersuchung dabei sein. Gut, danke. Du denkst doch nicht daran, mich wegzuschicken, oder? Samra, er hätte dich umbringen können. Du wärst tot, wenn die Waffe geladen gewesen wäre. Aber wir können ihn nur zusammenfinden. Macht es dir keine Angst, wie gefährlich das alles ist? Keineswegs. Ich bin in seine Gedanken eingedrungen. Ich bin auf ihn eingestimmt. Wenn du mir jetzt ein wenig Zeit gibst, dann finde ich ihn ganz sicher. Das ist alles viel zu riskant. Du weißt, dass dieses Gefühl mich immer zum Ziel führt. Es war so bei Katharine und auch bei Ramon. Ich bin von deinen Fähigkeiten überzeugt. Darum geht es doch nicht. Ich könnte es doch wieder tun. Ich habe es Kirk gesagt. Was hast du ihm gesagt? Ich sagte ihm, dass ich in seinen Geist eindringen würde. Das hat ihm Angst gemacht. Deswegen will er mich umbringen. Und jetzt ist er bestimmt in Panik und handelt unüberlegt. Bitte, Cruz. Ich werde dir eine große Hilfe sein. Sei doch nicht eifersüchtig. Hä? Wieso sollte ich? Leugne es doch nicht länger. Mach jetzt bitte kein Theater. Dann müsste ich ja in dich verliebt sein, um eifersüchtig zu werden. Wieso interessierst du dich noch für sie? Ich habe dich etwas gefragt. Und wenn du die falsche Entscheidung triffst, weißt du ja, was auf dich zukommt. Würden Sie jetzt endlich den Mund halten und ihn etwas sagen lassen? Sagen Sie schon zum zweiten Mal, wenn ich richtig gezählt habe. Hören Sie auf und halten Sie den Mund. Soll ich Sie verprügeln? Was denken Sie denn, wer Sie sind? Ich werde Sie rauswerfen. Das muss ich mir in meinem Haus nicht beschreiben. Ich bin schon mit alle beiden aufhören. Sofort. Vanessa ist ein Mädchen, das ich äußerst gern habe. Wie einfallsreich. Wieso erzählst du mir nicht mal was Neues? Vanessa ist ein Mädchen, der ich mal was bedeute. Sie erweist mir Respekt und Achtung. Sie behandelt mich wie einen Mann. Und weil sie mich liebt, wie ich bin, gehe ich mit ihr fort. Oh, carissimo. Du blöpfst doch. Wieso sollte ich noch, Gina? Ist es so überraschend, dass ein Mädchen mich liebt? Und überrascht es dich, dass eine Frau keinen Schoß und in mir sieht? Ja, überrascht es dich wirklich, dass man mich auch respektieren kann? Ist das so neu für dich? Wieso überrascht dich das? Und du meinst, das glaube ich dir, hm? Ja. Warum dann die Lügen? Wieso erzählst du mir, sie wäre dein Cousin? Wozu die ganze Verkleidung? Du weißt jetzt alles, was nötig ist. Na dann. Wartet ihr noch auf meinen Segen, oder was? Keinesfalls. Danke, nicht nötig. Dann geht's. Ich lasse unsere Sachen später abholen. Ist wohl nicht so gut gelaufen, nehme ich an. Es fand keine Unterhaltung statt. Wieso nicht? Ich war so naiv. Und er war so überzeugend. Ich wollte ihm glauben, zu blöd. Er sagte, er liebt mich. Er würde nur Zeit und Abstand brauchen. Er wolle nachdenken. Er hat nicht viel Zeit gebraucht, sich in ihre Arme zu schmeißen. Heather, Sie müssen stark sein. Ich weiß nicht, wie. Ich halte das nicht aus. Es ist so. Ich ertrage das nicht. Als ich dort, wann sie dann auch noch zusammen gesehen habe, war ich so allein. Sie sind nicht allein. Vielleicht wär's besser, wenn ich jetzt... Nein. Geh nicht, bitte. Was hast du? Gar nichts. Raus mit der Sprache. Ich kann nur nicht glauben, dass wir beide jetzt hier sind. Ich... Ich verrate dir was. Es ist kein Traum. Doch, ist es. Es ist genau der Traum, den ich zehn Jahre lang vor Augen hatte. Meine auch. Meine auch. Ich bin glücklich. Ich hätte dich bestimmt nicht verlassen. Ich weiß. Manchmal stelle ich mir nur vor, was aus uns beiden geworden wäre. Es hätte traumhaft werden können. Das kann es immer noch. Ich hoffe es so. Du hast es gerade vor ein paar Minuten gesagt. Von jetzt an wird alles perfekt sein. Ich gebe dir mein Versprechen, dass es so sein wird. Was bedrückt dich? Du hast doch keine Zweifel oder Befürchtungen in unseren Wegen. Nein. Nein. Wieso? Du etwa? Nein, nein. Natürlich nicht. Celeste, jede Minute mit dir allein zeigt mir mehr und mehr, wieso ich dich schon vor zehn Jahren so sehr wollte. Ich habe immer an dich gedacht. Schon damals war ich unsterblich in dich verliebt. Und jetzt schaue ich dir in die Augen und sehe einen Mann, der so stark ist und so wunderschön. Ich verliebe mich immer wieder nur in dich. Ich verstehe das nicht. Was verstehst du nicht? Es ist doch eigentlich ganz simpel. Was soll das denn? Dreimal darfst du raten. Ich bin gerade im Begriff, meine Traumfrau zu heiraten. Bunny, Bunny, du hast gesagt, ich wäre die Frau deiner Träume. Ja. Nur was war das Resultat? Ich wurde dein Trottel. Zuerst kam da dieser, dieser Western-Hill-Sunny. Und dann, dann ist er weg und du schiebst mich wieder zur Seite, immer wieder. Denkst du das wirklich? Bitte, du bedeutest mir so viel. Dann versteckst du es aber sehr gut. Ja gut, vielleicht bin ich etwas eigenartig, aber kannst du mir das verüben? Ja, mit dieser Einstellung hast du mich in die Arme einer anderen getrieben. Du wirst sie doch aber nicht wirklich heiraten. Natürlich, Schätzchen. Oh Gott, ihr seid ja verrückt. An unserer Liebe ist nichts Verrücktes. Eine Frau brauchst du eine richtige, meine ich, wie mich. Es ist alles deine Schuld. Sag das nicht. Komm Schatz, wir sollten den Priester nicht warten lassen. Nein. Geh nicht, warte auf mich, bitte geh nicht fort. Das ist Schicksal. Ich habe wirklich alles versucht. Oh bitte, gib mir noch eine Chance. Tschau. Vergiss es, Baby. Das habe ich ja wieder mal toll gemacht. Ich würde zu gern wissen, ob Sie beide Spaß daran haben, sich so anzuziehen. Seltsames Dasein, das ich hier führe. Mein Sohn lebt bei Mason und mein bester Freund rennt in die Arme der nächstbesten Maus, die sich wie einen Mann anzieht. Andererseits gibt es jetzt nichts mehr, das schief gehen kann. Oder vielleicht doch. Banni? Banni, bist du das? Hey, melde dich, Banni! Banni? Banni, bist du das? Hey, melde dich! Emily kann nicht meckern, ich bin vor sechs zu Hause. Dann können wir ja nächstes Mal abends richtig einen drauf machen, zum Beispiel ausgehen. Oh, ich weiß nicht, ob meine Schwestern das erlauben werden. Ja, ich werde sie bestimmt überzeugen können. Wie fühlst du dich? Es könnte mir gar nicht besser gehen. Das war das beste Picknick, das ich jemals erlebt habe. Ich danke dir. Ich danke dir. Weißt du, bevor du in mein Leben zurückgekehrt bist, war ich auch nicht unzufrieden. Mein Leben verlief in geordneten Bahnen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Bloß fand ich nie heraus, was es war. Nun weiß ich es. Du bist, was ich die ganzen Jahre so vermisst habe. Sag mir, wann ich dich wiedersehe. Wann immer du willst. Na ja, ich würde es gern genauer wissen, damit ich etwas zum Träumen habe. Wie wäre es mit morgen? Ich habe heute Nachtdienst. Und wann? Zum Abendessen. In Ordnung. Und weil du heute gekocht hast, revanchiere ich mich morgen. Nämlich in Acht. Gleich zwei Verabredungen hintereinander. Was sollt die Leute denken? Womöglich steckt da mehr dahinter. Kann schon sein. Alles ist zu diffus. Kirk hat große Schmerzen. Er ist aufgeregt und ganz erschöpft. Ja, aber wo ist er? Es ist kalt und dunkel. Kannst du vielleicht... Ist sonst jemand bei ihm? Nein, es ist zu dunkel. Und kannst du fühlen, wo er sich befinden könnte? Nein, es geht nicht. Tut mir leid. Schon gut. Es ist in Ordnung. Nein, es ist nicht in Ordnung. Wir haben keine Zeit mehr. Immer eins nach dem anderen. Warten wir es ab. Ich bin's nochmal. Castillo. Besorgen Sie bitte eine Karte von der Gegend, wo man Cranstons Auto gefunden hat. Fragen Sie nicht, besorgen Sie sehr einfach. Und sehen Sie nach, ob es Höhlen gibt in dieser Gegend. Naja, in den Bergen oder so. Ja, Sie wissen, wo Sie mich erreichen können. Danke. Bruce! Was ist? Es ist noch jemand dort. Wer könnte das sein? Ich bin nicht sicher. Eine andere Person ist dort. Kirk ist nicht allein. Bunny? Bist du hier unten? Fast. Der Osterhase höchstpersönlich. Kirk. Live. Mich hast du wohl nicht erwartet. Hast du mal eine Zigarette, Gina? Ich hab noch nie geraucht. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im Kalifornia-Clan. Hier bei RTL. Die zehnmal runter. Hier bei RTL. Wie ist das? Die fünfmal herunter. Die fünfmal herunter. Die fünfmal herunter. Die fünfmal herunter. Untertitelung des ZDF, 2020